ein herzliches willkommen zu einem weiteren part lesbeteys von der dawn of the new world seht ihr das? so dann hat er das beim letzten mal nicht gemacht mann der typ macht mich fertig der typ macht mich fertig ja leute wir sind wieder hier im wunderschönen tales universum und irrgern uns hier mit solchen blöden sachen rum beim letzten mal sind wir auf die menschenfarm gegangen und haben dort hier versucht weiterzukommen ihr seht es hat nicht gut geklappt weil dem hier einfach das ding nicht schieben wurde ich stand doch da hab doch da drauf gedrückt und er wollte es aber nicht schieben das war ich wieder dran naja zumindest was machen wir hier außer dass ich irgendwie ärgere wir versuchen paul zu finden ein kleines kind hier aus sicilia was auf die farm hier gelaufen ist und da diese sehr gefährlich ist und trotzdem dass er ein anhänger von leid ist wollen wir natürlich finden und was mich natürlich gefreut wir werden wahrscheinlich bald die gute rain treffen vielleicht auch genies wer weiß wer weiß und dann schauen wir mal was sie zu den taten des düsteren leute sagt leutes grüßen leute einfach so cool ist so leute ist cool nix gegen leute mann scheiß auf ihm jemand ist mir wurscht mein gott ein zwei blutsäuberung das kann doch mal passieren sieben schon mal passiert jetzt seht ihr jetzt geht's voll easy mann aber ich stand da in diesem blöden block und wollte ihn schieben und da hat es einfach nicht gemacht ich weiß auch nicht wieso und jetzt das habe ich beim letzten mal aber auch nicht gesehen das habe ich jetzt auch noch gesehen weil die schöne cutscene da war beim somit schmack geschrieben wird es jetzt hervor mit einer geschwindigkeit flutscht es hier durch die gegend dann geht es wieder weiter wieso muss eigentlich alles im überschritten in beschwungen sein ich hasse wasserrätsel wasserrätsel sind fest so und da war auch mal fehler ich dachte ich muss den mit dem aufzug runterfahren aber muss ich mit einem komplett anderen aufzug weiterfahren okay gut hammer zack und eigentlich muss ich darunter oder da muss ich auch noch irgendwo hin aber wahrscheinlich nicht jetzt so kam er glaubst du hörst es wenn der emil wütet dann gibt es keine gnade die attacke zu meistern so so dann heilst du natürlich auch den bodem oder sehr schön dabei kann mein kleiner wolf auch heilen aber jeder mag das nicht der macht nur seine kampfart ist so mehr sali kann klasse wechseln jetzt schon super so wir müssen die texte mal öfters lesen überfliegt immer so okay eine andere türen dünn 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 schade schade meine schöne ausweich menü wir haben nicht so gut für ich stehe an wie geil die attacke ist man man braucht immer attacken mit einer gescheiten reichweite und das ist echt ordentlich man wir machen so gut schaden mann so emil leg los man leg los mann aber ich bin noch gespannt was wir noch so für monster in der party haben wenn ich sage ob wir ob das jetzt so in der größe bleibt oder wo wir so richtige riesige gigantische monströsitäten haben werden also drachen und so weil sie nicht mehr schaukulter das kiste die haben wir vorher schon gesehen ein neues kopf was neu ich oh mein gott das ist das schöne haustür von leid hat sie es geköpft oh mein gott das noch mal ausrüsten keine ahnung zumindest ist es wäre zumindest ein kostüm so jetzt fahren wir erst mal aber da lang weil durch die tür denke ich kommen wir raus aber kann ich das nicht hinter jetzt ist die frage richtig die türen durch die türen dann fahre ich doch erstmal durch die türen aber warte mal ich muss da doch runter oder ne tschuldigung da kommen wir her maxi stehen jetzt an ich hasse aufzüge man so zack zack und jetzt gehen wir erstmal da oben lang nicht mehr so unentschlossen ich sage immer links dann wieder rechts dann wieder links dann wieder rechts wir gehen jetzt erstmal da lang na toll das ist das hat sich richtig gelohnt das hat sich immer richtig richtig gelohnt das wäre jetzt nur ein schneller pfad dass wir hinkommen weil auf der seite war beim letzten mal die tür verschlossen und ich wusste nicht was lang geht so ich würde eigentlich interessieren was da hinten ist aber wir haben keinen gelben schalter naja was haben wir doch das sieht irgendwie gefährlich aus egal was meine jetzt wenn ich dann müssen wir leben dann was meine jetzt leute hier gibt es die für die tifiz dumme rätsel ja jetzt bin ich schon wieder an der stelle wo ich keine ahnung was ich machen soll ähm das bringt zwar für den schalter nix aber ah doch bringt alles gut alles gut alles gut ähm fahren wir erstmal runter aber keine ahnung was das jetzt heißt so nächste tür auf jetzt haben wir drei türen die erste hat uns nur zurückgeführt die zweite kommen wir nicht weiter und ich habe jetzt vielleicht die hoffnung dass die dritte uns doch mal zu irgendwas sinnvollem führt ich bezweifle es zwar und ich gehe es auch nicht davon aus aber ihr wisst ja die hoffnung geht zuletzt verloren ich will aber erst nach unten danke so und jetzt nach oben hä komm jetzt nicht mehr nach oben hä ah ok ich dachte weil ich dachte mir schon für was ist der automata ob das jetzt einfach ob der jetzt mich einfach nach links kann er mich ja nicht schicken aber okay das hat doppelter pfeil so dann schauen wir was hier ist mit der elektrizität du kannst die xct vor dir eliminieren indem du ein monster hinein laufen lässt die zirne ein monster mit dem sex das ist die verfolgt Hahaha Ist ja cool Hallo Monster Geht nicht? Okay dann Hä? Ah jetzt Man muss ja immer so seltsam zielen So, weiße Handschuhe halten Naja, äh, okay Da Da kann ich es leider nicht reinlocken Machen wir hier Und immer eine Tür, die mal aufgeht Das ist mal eine gute Tür So Na wie geht's so Zack, zack Die Attacke tapfen wir noch so So eine Reichweite wie keine andere Attacke Oh ne, ich wollte es nochmal angemerkt haben Level 11, wir vernichten alles man Aber es ist echt malig man Die Random Encounters sind alle Vom Level, nicht auf unserem Level Sondern immer weiter unter Aber die Busse sind dann immer über uns Also der nächste Bus wird wahrscheinlich auch so Level 20 oder so Kamille Und? Ja, wir können wieder heim Muss ich das Spielchen jetzt nochmal machen Ja, ich weiß nicht Da wird es zwar weitergehen Aber ich kann die ja schlechter reinlocken Ich kann die ja nur reinlocken Wenn die in meine Richtung gehen Und nicht wenn die Weg von mir gehen Ah, ist wurscht Komm Jetzt haben wir den Schlüssel Und da können wir jetzt zu dem blöden Aufzug los Aha Den schnellen Weg zurück Den hätten die da wo die Blitze sind Einbauen sollen Oder nicht hier Und nicht da ganz links Weil jetzt muss ich wieder den ganzen Weg Erstmal da einfahren Und da einfahren Die Ritzel sind schon zeitaufwendig Sagen wir es einfach mal so Aber okay Nichts Nichts was wir nicht schon Geschafft haben So Nur nochmal nach links Und dann nochmal nach oben Und schon haben wir es geschafft Hey Was haben wir da gebraucht? Halbe Stunde Flitze Bits für einen Raum Traurig So Ich habe ein bisschen viel Leben verloren Weil ich mir so gerne in diese Schönen Blitze reingelaufen bin Passt doch So Haben wir jetzt schlau gewesen Würde ich da jetzt nochmal runterlaufen Und meinen Oger Weiterentwickeln Aber ich habe jetzt keine Lust Der sind mir jetzt Wurstmann Denn ich Sprinter jetzt durch Mir ist es nämlich alles Wurst Hä Du bist ja ein Madriga gegen Hast ja echt versteckt hier So Zack Okay Oh eine Kimere Schau mal Kimere und Steingolem Komm her Ja Schau dich an Unser Steingolem ist bedäglich Kimere ist beigetreten Aber leider ist meine Party voll Amado Ähm Da ich eh schon zwei Feuermonster habe Kommst du weg Ist das echt dumm Äh Weil Es wird natürlich so machen Wenn wir die Kimere passen Zu Dem Typ haben Und da wir Schatten Wird sich natürlich sehr lohnen Ich weiß auch nicht Wieso diese Oger Feuer sind Aber egal Ähm Aber haben wir ja leider nicht Äh Feuer Kreatur Und Schatten haben wir nicht Was In dieser dummen Kiste bin ich jetzt hier zurückgewandert Oder wie Hä Ich check nicht was weiter geht Ah hier Hä Habe ich jetzt diese verdammte Schlüsselkarte nur aus dem Grund geholt Damit ich hier diese eine Kiste äh mir holen kann oder wie Ey raste aus man Ich hasse die Resen Bin hier jetzt echt Die ganze Zeit rumgelaufen Nur um irgendeinen Kreisel zu holen Ich dachte hier Jetzt die Karte Dass ich hier weiter malen kann Hm Leider wir machen einen kleinen Cut Bis gleich So liebe Leute Ich hab's das verstanden Nämlich Wenn man eine Farbe eines Blitzes entfernt Verschwinden alle Farben eines Blitzes Das heißt also Äh Ich bin nämlich jetzt auf die andere Seite hier reingelaufen Äh Und ihr seht Ähm Hier sind jetzt die Blitze weg Wo wir vorhin nicht reinkonnten Das war jetzt So ein blöder Bullshit irgendwie Aber geschafft ist Geschafft Ich verstehe Dann schau ich euch an Jetzt als nächstes Beispiel Wahrscheinlich wenn ich den anschließe Genau Verschwinden alle die Sehr nervig Sehr unnötig Aber wir haben es geschafft Und das ist das wichtigste Pauli Paul Ähm Da da jetzt hier Ein Speicherpunkt kommt Denke ich Es erwartet uns gleich Ein kleiner süßer Bossfeind Sind wir bereit Ja Freilie Wahrscheinlich gegen Paul selbst Gegen Rain Keine Ahnung man Das ist das Was ist das? The monster's growing out of the floor. I think this room itself is a monster. You know, there's a saying. You can't see the forest for the trees. Maybe that's what this is. Wait, huh? Photon! Here it comes. You two know how to fight? Yes. We'll give this thing a taste of its own medicine. Rain! Endlich! So, so mag ich das. Also, okay. Schau mal kurz mal Level 18, Level 18. Ey, diese Scheißwichte haben 3,8 Leben. Ich glaub's ja nicht. Warte mal, wir machen das erstmal so. Erstmal der hier. Wopi! Damn, so. Okay, 11.000. Das ist eigentlich viel zu viel. So, dann mach ich erstmal den Platz. Ich hasse, dass jeder Boss in diesem Spiel immer Minions dabei hat. Wopi! Wopi! Maxim Blattmann, schau ich an, wie mein Wolf kämpft, man. Der vernichtet ihn ja. Habt ihr... Habt ihr gerade mal des Artists gesehen, man? Das ist irgendwie zu stark. Und wo ist der Rain? Oh, hätte ich sie jetzt in die Party tun müssen? Nee. Ging ja gar nicht. Rain, man. Lügst mich an, von wegen du wirst in meiner Party sein, gell. Aber ich mach das schon alleine. Keine Sorge. Sieh, komm schon! Natürlich will ich es. Paul, bist du okay? Huh? Oh, es ist du. Also, Paul, würde ich sie begrüßen? Sie waren sehr nett. Sie kamen hierher zu suchen. Professor Sage! Sieht ihr gut? Ja, ich bin gut. Danke, Frau. Jetzt, Paul, ich glaube, ich erinnere mich zu erzählen, dass die Human-Range auf die Grenze ist. Ja, aber... Siehst du, ich... 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 ich war patrolling während Lloyd war. Sie sind weg. Sie wissen, dass das Job hat mir läuft. Sie sind weg. Sie sind weg. Ich bin noch nicht mehr Arte gemacht. Ich bin Rain Sage, ich teache in Asalia. Wie geht's euch? Hi, mein Name ist Emil. Und mein Name ist Marta. Wir gehen zusammen. Es gibt ein paar Dinge, die ich euch mit dir sprechen möchte. Aber erst mal zurück in Assyria. Ja. Ist das richtig? Rain ist in the party. So, das sieht's aus, man. Ähm, da muss ich leider meinen kleinen Volpi rausschmeißen. Für die erste auch, wenn er heilen kann. Das ist natürlich, wer das ist. Aber erst mal ist Rain Runs in the party. Und jetzt bin ich glücklich, man. Warte, 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 warte. Ich hab nicht geschafft, welches Level sie ist. Nein. 19, glaube ich, oder? 17, haaaah, und da levelt man. Hey, in Symphone war sie noch Level 60. Die hat echt stark abgebaut. So, jetzt gehen wir noch durch die andere Tür hier. Hm. So. Lady, ich will schauen, was du so drauf hast. Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie Photon Ray oder irgendwie sowas. Naja, enttäuschend. Naja, weil Rain ist ja im Endeffekt so ein Charakter, der musste mal den Symphonia dabei haben. Weil sie hat nicht nur die fetteste Magie gehabt, sie hat auch besonders Heilzauber halt effektiv am meisten gehabt. Also sie ist wirklich ultimative Heilerin. Und deswegen war es natürlich nicht ganz schlecht, wenn man sie in der Party hatte. Jetzt komm ich ja so schön durch, man. Ärgerlich. Und, äh, wartet. Äh, nein, ich geh die andere Tür. Durch die andere Tür komm ich schneller zurück. Ähm, aber ganz ernsthaft, ich würde mir wünschen, dass wir sie auch wieder hier in der Party, bis sie mir den Spieß behalten können. Weil man, man braucht einfach einen richtigen Heiler. Hier habe ich ja wieder das Gefühl, ich kann ja keine, also Martha ist relativ gut ein Heiler. Weil irgendwie neue Tales-Spiele, die haben irgendwie so die Angewohnheit, den... Zeig halt cool aus, wir beide füllen uns gegenseitig an. Äh, die haben nämlich die Angewohnheit, nämlich, dass sie keinen Bock mehr haben, einen richtigen Heiler-Charakter kommen. Auch Sarah hatte da keine Lust gehabt. Äh, Berseria auch nicht. Und da hast du einen Charakter wie Rain, was schön ist. Typischer Magiertyp. Wie vielen Dank für Paul, zu schützen. Oh, äh, ich meine, wir... ähm, wir haben einfach nur getan, was jemand anderes hätte getan. Oh? Die meisten Leute würden nicht riskieren, zu einem Ort wie dieser für ein Kind, das sie kaum wissen. Äh... oh nein. Was ist mit dir? Ich dachte, du wirst nicht zu interessieren, dass du Lloyds Apprentice über den Lötz? Und du musst dich alle guggeläutig sein, bis es eine schöne Frau gibt. Hast du was gesagt? Geh es! Ja, verletzt! kommt wieder. Oh, Leute, Mann, wir haben, okay, Presser, die werden wir noch treffen, aber okay, die ist ein bisschen zu jung für uns den guten, äh, Emil. Aber wenn dann hier wieder die gute, ähm, ach, das wollte ich doch gar nicht hin. Aber wenn dann noch mal China kommt, oh, 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 da hast du noch einige Liebes Kontrainten hier vor dir, meine werte Dame. Marta, 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 jeder Kampf ist bei dir ein Kampf um alles. So, Kellerebene 1. Please, ab. So, jetzt will ich in keinen Gegner mehr reinlaufen, ich hab genug für diese blöden Menschenfarben. Dankeschön. Diese miese Kimere, Mann, versteckt sich da so ganz madig hinter der Tür. Lassen wir sie nicht ziehen und dann, zack, löpfen sie rein. Hals über meinen Golem, Mann. Genau, Mann. Ich nehm alles zurück, Mann. Marta ist meine Heilerin, Baby, Mann. Wird schon rain. Ich bin mir auch sicher, irgendwann werden wir auch mal Leute in die Party bekommen. Ui, 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 Verzauung. Jetzt geht's bergab, Mann. Ist, ich weiß, das, ähm, das, äh, ist nur gekommen, weil ich hier gesagt hab, dass Leute bei uns in die Party kommt und das mag natürlich. Eie. Tut mir leid, Emil, ich weiß, du würdest niemals mit Leuten zusammenarbeiten. Aber bitte hör auf, äh, dass sie nie es muss, das ist gar nicht lustig. So. Hör da gar nicht mal auf, Mann. Müsst du wieder niesen, Mann. Zum Glück ist der Part bald zu Ende. Dann kann ich mir ausniesen. Aber ganz ehrlich, ich sag ja, das ist, das hab ich von ihm, das hat mir Emil hier angetan, weil der sagt, hey, ich würde niemals in meinem Leben mit Lloyd diesem Monster zusammenarbeiten. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt, äh, Rainz zu den Taten von Lloyd sagt. Ob, äh, sie ebenso wie Seelus sagt, ey, das kann nicht mehr sein. Oder so wie Colette, dass sie die Wahrheit darauf finden will. Ich denk, ähm, Rain ist ein bisschen so, ich mein, sie kennt ja, äh, mit Genis und Colette, äh, Lloyd viel länger. Die eher so, aber trotzdem der Typ ist, dass sie sagt, sie will die Wahrheit darauf finden. Genis, glaub ich, ist auch einer, der würde niemals glauben, dass Lloyd so etwas tun würde. Aber nun gut. Ich liebe die Musik hier auf der Overworld. Die ist so schön. So, also, wieder zurück nach Isela und dann geben wir erstmal Paul ab. I'm taking Paul home to his mother. Would you two wait for me at the school? Sure. I wonder what she wants to talk about. Yeah, she was glaring at me. Do you think she's Lloyd's teacher? The one the mayor told us about? Lloyd. Nein, Rain. Ich vermisse dich. Oh. Dieses, ich weiß gar nicht, das Zeichen bedeutet doch, dass, dass sie unsere kleinen Viecher entwickeln können, oder? Müssen wir gleich mal austesten. So, kochen. Äh, ja. Bei ihm wusste ich's ja, da stand er schon mal. Zur roter Ogre weiter wickeln, jo. Wow. Sie, da ist ja heiß drauf hier. Du darfst mit Martha kochen. So, mein Bruder hat er. Irgendwann können wir ihn auch entwickeln. So, komm. Zum Moose weiter wickeln, zur Schlick weiter wickeln. Wir machen ihn zur Schlick. Das sieht eklig aus. So, dann bin ich jetzt gespannt. So. So, zu Kobold weiter wickeln. War der nicht schon mal ein Kobold? Keine Ahnung. Kochen wir trotzdem. Ist immer gut, weil man kriegt positive Statisse. So, hier, elf Leben. So. Okay. Kann ich gut mit leben. Bleib trotzdem hier bei meiner Party. Und dann speichern wir noch mal kurz. Und dann haben wir doch alles hier geschafft, man. Paul gerettet. Nach zwei nicht so erfolgreichen Parts. Und nun werden wir nächstes Mal mit Rain wahrscheinlich über Lloyd sprechen. Und schauen wir mal, vielleicht kann sie uns ja etwas zu seinem Aufenthalt sagen. Davor hören wir uns noch kurz die Skittern. So, Rain war Lloyds Lehrer. Sie sah das wie? Das Mörderer. Das Schau dich hier. Ich weiß. Und ich würde sagen, hey, wollt ihr mir im Weg stehen oder wie? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Taysons und Funde Dawn of the New World und dann werden wir, wie gesagt, mit Rain sprechen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.